Hallo und willkommen zur Hof-Tour. Viel Spaß! Also, naja, hier ist mal das Haus von vorne und da ist die Küche, ja, Essbereich und so, Hauseingang und hier sitzt Mrs. Kramer und sie sieht Fernsehen, Nachrichten und so. Gehen wir mal rauf ins Elternzimmer. Hier ist das Bad und hier ist Minas Zimmer, das ist noch nicht eingerichtet. Rauf in Hennas Zimmer ist ein Hundebett und ihr Sofa. Und hier ist Hennas Bett, das sieht man nicht ganz. Und hier kann man gleich aufs Dach. Ähm, ja, das ist der Fohlenkindergarten, Tierarztpraxis, Wildtiere, die kann auch so, Tierarztpraxis. Hier ist, äh, das Café mit Pino und hier ist die Wildpferdherde und, ja. Und hier ist noch Lieses Haus, Lieses Zimmer, Lieses Wohnzimmer, Lieses Hunde, ähm, Lieses Kleine Schwesteres Zimmer und das Klo, Schillecke und Küche. Ja. Hier ist noch der Parkplatz und, ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Daumen und lasst ein Abo da. Ciao! Ciao!